Hallo, hier ist Mucho. Heute ausnahmsweise auf Deutsch. Es geht um dieses Buch von Matthias Eckholdt. Kann sich das Bewusstsein bewusst sein? Gespräche mit verschiedenen Experten, Hirnwissenschaftlern, Neurologen, Philosophen über das Bewusstsein und ein Laie. Das bin ich. Der einzige Außenseiter, wenn man überhaupt ein Außenseiter sein kann. Wenn es um das Bewusstsein geht. Ich habe das Buch noch nicht ganz durchgelesen, nur überflogen. Aber auch das Inhaltsverzeichnis an sich ist schon interessant. Das erste Gespräch geht mit Philipp Hübel über Baseballschläger, Zombies und den VIP-Bereich des Bewusstseins. Wie kann das Gehirn die Grundlage von Bewusstsein sein, obwohl es selbst aus nichtbewussten, geistlosen Atomen besteht? Das zweite Gespräch mit Klaus Mainzer über Hunde, Orakelmaschinen und den Menschen als eine Zwischenstufe der Evolution. Ich bin ein Verfechter der Sichtweise, dass wir Menschen uns als analog und digital Menschen, Maschinen begreifen sollten. Das dritte Gespräch mit Markus Gabriel über Hegelorgasmen und den einfachsten Beweis für den freien Willen. Der Geist unterscheidet nicht den Naturgesetzen, sondern seinen eigenen Gesetzen. Das vierte Gespräch mit John Dylan Haynes über Gedankenlesen, Dominoeffekte und ein Western-Duell. Wir wissen nicht, wie wir entscheiden und was die wirklichen Gründe für unsere Entscheidungen sind. Dann kommt ein Gespräch mit Michael Pauwen über Tische und Stühle, die Introspektionsillusion und den Kapitän eines Mississippi-Dampfers. Die weit verbreitete Vorstellung einer angebessene Beschreibung phänomenalen Bewusstseinskönne nur aus der Erste-Person-Perspektive gelingen, ist falsch. Und dann ein Gespräch mit mir, das haben wir per Skype geführt vor mehr als einem halben Jahr. Ich glaube, das war im Winter, als ich mich mit dem Herrn Eckholz unterhalten habe. Abte Muro über herumtollende Schafe, höllische Schmerzen beim Meditieren und die Rückseite des Spiegels. Angenommen, unser Wille ist nicht frei, wie kommt es, dass uns dieser nicht freie Wille dazu zwingt, so zu leben, als hätten wir einen freien Willen? Dann kommt ein Gespräch mit Dirk Becker über Dösendes und Düsendes Bewusstsein, eine Gesellschaft, die zum Mond fliegt und die Unterscheidung von Wahrheit und Lügen. Das Ich ist ein Henkel, an dem ich mich selbst aufhängen kann, aber nicht muss. Dann kommt Johannes Wagemann über Nahtoderfahrung, das Bewusstseinsorgan und überforderte Schimpansen. Die Leistung des Gehirns besteht genau in dem, was man zunächst nicht von ihm vermutet. Das Gehirn erzeugt nicht Ordnung, sondern Chaos, nicht Zusammengeführtes, sondern Einzelnes. Anschließend Christoph Koch über die Fußspuren des Bewusstseins, die Vorgänge in einer Mühle und das Bewusstseins-Meter. Lasst uns aufgeschlossen bleiben und sehen, inwiefern die Wissenschaft eine fundamentale Theorie des Bewusstseins entwickeln kann. Dann Nathalie Knapp über Integrales Bewusstsein, das Denken in Analogien und die Traurigkeit eines Hundes. Jedes Bewusstsein, das nach dem Bewusstsein fragt, ist an seine eigene kulturgeschichtliche Grammatik gebunden. Im Anschluss Georg Kreuzberg überspringende Gene Bewusstseinstrübung und ein Dopingfall von vor 282.000 Jahren. Das Entscheidende des Menschseins und Werdens passiert auf der sozialen Ebene. Und dann im Schluss Harald Wallach über Quantenverschränkungen, chaotische Systeme und ein Experiment mit einem tibetischen Lama. Ich halte die Neurowissenschaft für komplett überschätzt. Es geht dann immer wieder über das Leib-Seele-Problem. In vielen der Gespräche wird zurückgekommen auf den freien Willen. Ich spreche Meditation, aber auch in anderen Gesprächen ist von der Meditation dann wieder die Rede von Hunden. Und dann ist immer wieder die Rede. Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ein Thema, das mich interessiert und das auch für viele der Besucher der Antagio Homepage interessant sein könnte. Erst diesen Monat herausgekommen. Kann sich das Bewusstsein bewusst sein? Andere Fragen, die damit zu tun haben, ist, warum gibt es überhaupt ein Bewusstsein? Und wie kommt es, dass es unter den vielen Bewusstseinen in dieser Welt eines gibt, das sich von allen anderen dadurch unterscheidet, dass es mein Bewusstsein ist? Soweit ich das sehen konnte, wird man in keinem der Gespräche eine letztgültige Antwort finden. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Es lohnt sich, glaube ich, erst mal sich die Frage zu stellen, wenn man die Zeit dazu hat und das Interesse. Und man wird wahrscheinlich in diesem Buch viele interessante Fingerzeige finden können. So viel von mir für heute. Für all die, die mal wieder was auf Deutsch haben wollten. Eine schöne Zeit wünsche ich.